Vorbereitungskurse für das Gymie gibt es immer mehr. Teilweise zahlen die Eltern horrende Preise, damit ihre Kinder auf die Gymieprüfung vorbereitet werden und Aufnahmeprüfungen bestellen. Warum wollen zu viele Eltern, dass ihr Kind ins Gymie geht und wofür das her? Unsere heutige Expertin für das Thema ist Margrit Stamm. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und setzt sich für die Bildung in der Schweiz ein. Mit ihr analysiere ich den Trend und möchte herausfinden, wie wir unser Bildungssystem bekannter und die Lehre beliebter machen können. Ich bin Steffi und das ist die 19. Folge von «Inside-Profsbilding». Oi Margrit. Hallo. Für die, die dich nicht kennen oder deinen Namen noch nie gehört haben, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Mein Name ist Margrit Stamm, wie du schon gesagt hast. Ich bin Professorin Emerita an der Uni Freiburg für Erziehungswissenschaften und pädagogische Psychologie und ich leite das Forschungsinstitut Swiss Education. Sehr schön zu hören. Schön bist du da. Jetzt zu unserem Thema von heute. Die Mission von Just ist es, dass jeder Schüler, jede Schülerin den passenden Lehrberuf in den passenden Firmen findet. Und generell ist es wichtig, dass die Firmen ihre Lehrstellen besitzen können, nicht zuletzt auch wegen dem Fachkräftemangel. Der Notstellenbarometer vom Bund zeigt aber, dass die Prozentzahl von Jugendlichen, die ins Gymnasium gehen, jedes Jahr leicht ansteigt. Scheinbar denken viele Leute, ein Gymnasium ist der beste Weg. Das zeigt unter anderem ein baumendes Angebot von Gymnasiumvorbereitungskurs. Margrit, hast du da eine These dazu? Warum ist das so? Das ist ein eindeutiger Trend. Das war sehr richtig, was du gesagt hast. Ich würde aber das ein bisschen einschränken auf besonders urbane Kantone oder auf Kantone wie Kanton Zürich, Baselstadt, im Welschland, Watt in den grossen Städten. Dort sind die Gymnasiumvorbereitungskurs extrem, würde ich sagen, aber in anderen Kantonen, die eher ländlicher orientiert sind oder die einfach nicht so akademisiert sind oder auf die Akademie ausgerichtet sind, würde ich sagen, ist es nicht so extrem. Und wir haben ein bisschen den Hang dazu, dass wir sehr stark auf Zürich schauen, weil Kanton Zürich ist einfach enorm in den Schlagzeilen. Aber du hast recht, es ist ein Trend und es gibt einem sehr zu denken. Jetzt habe ich eben die Gymnasiumvorbereitungskurs angesprochen. Ich möchte dazu gerne ein paar Fakten nennen. Die Gymnasiumvorbereitungskurs dauert rund 20 Wochen. Die Kosten liegen bei ca. 6'000 Fr. pro Kurs und gewisse Kurs sind bis 2026 ausgebucht. Wir sehen also, den Eltern ist es mega wichtig, dass ihre Kinder ins Gymnasium kommen. Und wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, heisst das ja, dass ein 10-jähriges Kind heute schon für so einen Gymnasiumvorbereitungskurs angemeldet wird. Ist das nicht absurd? Das ist genau das richtige Wort. Das ist sehr absurd. Du sagst zum Ersten, dass die Kürze bis 2026 ausgebucht sind, teilweise, und zum Zweiten, dass es schon 10-Jährige ist. Also Kinder, die noch nicht einmal in der Pubertät sind, wo man eigentlich das Gefühl hat, die sind noch im Primarschulalter und können sich noch ein bisschen entwickeln usw. Das ist wirklich absurd. Aber wenn man genauer her schaut, warum das so ist, oder dass das so ist, dann sind es eben erstens die Gymnasiumvorbereitungskurs in diesen Kantonen besonders hoch, die Prüfungen haben. Das muss man ganz klar sehen. Und eigentlich ist es ja extrem fragwürdig, warum das jetzt im Kanton Zürich so eine Vorbereitungskurse überhaupt braucht. Weil eigentlich würden wir doch erwarten, dass die schlauesten oder die gescheitesten Schülerinnen und Schüler eigentlich mit dem System, das existiert, ins Gymnasium kommen und nicht noch extra Vorbereitungskurse brauchen. Das stellt eigentlich ein grosses Fragezeichen her, warum das überhaupt in einem Bildungssystem nötig ist. Watson beispielsweise hat über das Thema ja auch einen Bericht geschrieben. Und du hast dich dort schon geäussert, dass die Situation kritisch sei. Kannst du das noch ein bisschen erläutern? Wieso findest du es kritisch? Also ich finde es vor allem kritisch, weil du hast es vorhin sehr gut zusammengefasst. Du hast gesagt, es kostet eine grosse Summe Geld, so ein Vorbereitungskurs. Das ist das Erste. Das wirkt schon auf die Chance Gleichheit ein oder auf die Chance Gerechtigkeit ein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eben, dass man mit so einem Vorbereitungskurs eigentlich, also ich sage es jetzt schon ein bisschen plakativ, aber dass man eigentlich kann wie so einen Gymnasium Vorbereitungskurs einkaufen, damit man dann ins Gymnasium kommt. Also es ist so wie, ich sage immer, also meine Metapher ist das formbare oder das machbare Kind. Wenn es intellektuell nicht so reicht, kannst du heute mit Geld viel machen, dass das Kind nachher mit grösseren Anstrengungen ins Gymnasium kommt. Und zweitens ist das für mich, ich tue relativ viel Forschung in Bezug auf Chancengerechtigkeit, ist das einfach ein Schlag ins Gesicht für alle Familien, für alle Kinder, die eigentlich im Köpfchen, die viele Köpfchen hätten, aber einfach auf diese Gymneprüfungen nicht so vorbereitet werden können. Und wir wissen gerade im Kanton Zürich, dass das auch die Lehrerinnen und Lehrer und Fachexpertinnen und Experten sagen, es braucht eine besondere Vorbereitung, dass man diese Prüfung bestellt. Und das ist auch ein Problem von der Chancengerechtigkeit, von der Chancengleichheit. Also du hast jetzt auch so ein bisschen die finanziellen Gründe angesprochen, dass sich das ja auch nicht alle Familien leisten können. Dann gibt es jetzt aber auch noch Familien oder Kinder mit Migrationshintergrund. Kennen denn die überhaupt unser Bildungssystem? Du sagst jetzt Familien mit Migrationshintergrund. Wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht von einheimischen Familien, von Arbeiterfamilien, also das heisst von Familien, die eine ganz einfache Berufsbildung haben, die sich nicht weiterentwickelt haben. Und diese Eltern kennen in der Regel das Berufsbildungssystem nicht so gut. Aber ich würde zu unterscheiden, bei den Migrantenfamilien ist es häufig so, dass die ziemlich ehrgeizig sind. Und dass sie sagen, wir sind jetzt extra in die Schweiz gekommen und unser Kind soll jetzt das verwirklichen, was uns nicht gelungen ist. Und die sind eigentlich häufig ziemlich ehrgeizig. Und das Zweite ist aber die Familien, also die Kinder aus einheimischen Familien, dass die häufig nicht die Unterstützung haben von den Eltern. Die Eltern sagen, du musst nicht meinen, du musst besser werden. Der Lehrer hat es jetzt gesagt, nicht ins Gymie, sondern nur in die Säcke. Und die Kinder schaffen in der Regel einfach das Gymie nicht. Und das ist eigentlich ein grosses Problem, weil die Eltern, die kennen an sich vielleicht das Bildungssystem, aber sie trauen sich überhaupt nicht, gegen die Lehrpersonen aufzumucksen oder sagen, hey, wir wollen jetzt, dass unser Kind ins Gymie kommt, währenddem das eben gut situierte Eltern sehr gut können. Aber du hast recht, wenn du sagst, wer kennt denn das Bildungssystem, wer es sicher nicht kennt, das sind alle die Expats, die in der Schweiz sind. Das heisst, die gut situierten, ausländischen, hoch dotierten in der Regel Leute, die hierher kommen und drei, vier Jahre bleiben und dann einfach das Gefühl haben, eine Berufslehre, das geht gar nicht. Und wir kommen aus einem Bildungssystem, wo die Berufslehre nicht kennt, sondern das Gymnasium. Und die ganz insbesondere kennen das Berufsbildungssystem nicht. Auf die Expats kommen wir später dann noch zu sprechen. Du hast es jetzt schon gesagt, gewisse Eltern pushen ihre Kinder nicht extra, aber es gibt ja auch viele, die ihre Kinder fast zwingen. Was macht das mit dem Kind? Wenn du sagst, zwingen, würde ich, also in unserer Studie, die wir gemacht haben, sind das etwa 25 Prozent der Kinder, die eigentlich gezwungen werden, oder man kann es noch anders ausdrücken, man kann sagen, die Eltern tun auch sehr mit der Liebe, also ich sage jetzt sehr etwas, vielleicht sogar Provokatives, die Eltern tun sehr mit der Liebe vom Kind, ein bisschen jonglieren, dass sie ihm das Merken geben, dass es beliebt ist, geliebt wird, wenn es die Noten bringt, die es hat. Und wenn es das nicht bringt, dann spürt das Kind, weil das Kind ist immer ein Seismograph und spürt sehr schnell, dass es den Vorstellungen der Eltern nicht entspricht, oder dass sie enttäuscht sind vom Kind. Und das ist ein wichtiger Faktor. Die anderen 75 Prozent sind solche, die jetzt in der Tat zum Teil von den Eltern unter Druck gesetzt werden, dass sie ins Gymnasium sollten und dass die Kinder dann enorm unter Druck gesetzt werden. Und auch zum Teil, also das ist aber nur eine These von mir, weil es gibt keine Studie, die zeigt, dass das einen Zusammenhang gibt. Aber meine These ist eigentlich die, dass solche Kinder zum Teil Burn-out-Kinder sind, das ist auch ein neuer Titel, der es in verschiedenen Studien gibt, dass solche Kinder auch psychische Probleme bekommen, wo man dann aber sofort therapiert, sie gehen ins Gymnasium, sie sind mehr oder weniger erfolgreich, man tut sie therapieren, aber sie sind eigentlich sehr unglücklich, sie sind sehr angepasst, aber sie sind auch überfordert. Und das interessiert aber eigentlich fast niemanden, sondern es überwiegt die Vorstellung Gymnasium um jeden Preis. Und das finde ich eigentlich, wenn du vorher gesagt hast, das Abstrause, das finde ich das Abstrause, dass man nicht auf die Seele von den Kindern Rücksicht nimmt. Wenn du jetzt so Eltern, die ihre Kinder so unter Druck setzen, etwas sagen könntest, was würdest du ihnen sagen? Also, ich weiss, dass das schwierig ist. Ich sage jetzt etwas, aber ich weiss, für gewisse Eltern ist das ein Aufruf zu mehr Selbstreflexion, für andere ist das ein Aufruf, dass sie sagen, nein, das kommt nicht in Frage, also für uns ist das klar, was unser Kind macht. Aber wenn ich jetzt das Glas als halb voll anschaue und sage, ja, weil Eltern könnten ein bisschen mehr in den eigenen Spiegel schauen, das ist eigentlich meine Botschaft, dass ich sage, liebe Eltern, schaut euch mal an im Spiegel und schaut mal, wann leuchten die Augen von eurem Kind. Also, sie merken ja, ich bin auch selber Mutter und jedes Ehepaar, jedes Paar merkt, was das Kind anspricht. Und ob das Kind wirklich aufs Gymie kickerig ist, das ist einfach etwas, was man muss in den eigenen Spiegel schauen. Ich weiss das selber aus unserer Biografie. Wenn man das macht, merkt man sehr schnell, dass das Kind eigentlich so tut, als ob, aber dass es eigentlich gar nicht so begeistert ist vom Gymie. Und die Eltern müssen in den Spiegel schauen und die Eltern müssen vor allem herausfinden. Und das ist die grosse Herausforderung, was das Kind eigentlich möchte. Also, hat das Kind vielleicht handwerkliche Talente und hätte es vielleicht lieber etwas, was man machen könnte, anstatt etwas, was man immer wissen muss, ob man ihn reinlassen muss und immer nur Aufgaben machen und nichts Praktisches machen kann. Und das ist eine grosse Herausforderung für die Eltern, die ich auch nicht mehr durch verstehe. Jetzt ist es ja eben für die Eltern sicher eine grosse Herausforderung und für die Kinder ein grosses Thema. Generell ist es aber auch für die Schweizer Wirtschaft wichtig, dass wir diese Lehrstelle besetzen können, dass wir dann Nachwuchs sichern können. Was passiert dann, wenn so viele Schülerinnen und Schüler in das Gymie gehen? Oder immer mehr? Also es sind, um das einfach ein bisschen richtig zu stellen, in den letzten zehn Jahren sind ungefähr nur zwei Prozent, durchschnittlich in der Schweiz, das ist sehr unterschiedlich nach Kanton, zwei Prozent mehr gehen in das Gymie. Aber was sehr zunimmt, sind Berufsmaturen, die haben ziemlich zugenommen und vor allem die Fachmittelschulen, die ja auch eine Berufsmatur haben. Und das insgesamt führt dazu, dass immer weniger Jugendliche eine Berufslehre machen als primäre Ausbildung. Aber letztlich muss ich immer ein kleines Gymie auch verteidigen. Es ist nicht einfach das Gymie, das jetzt so viele Schüler neu akquiriert, sondern es sind Berufsmaturen und es sind Fachmittelschulen. Und wenn du jetzt fragst, was macht das mit diesen Kindern, dann würde ich jetzt einfach die Antwort geben, dass es vor allem dazu führt, dass die Jugendlichen nicht mehr gemäss ihren Neigungen und die Fähigkeiten diesen Bildungsgängen zuteilt werden. Das heisst, wir wissen alle, das sagt man auch international, wir haben das beste, wahrscheinlich weltweit eins von den besten durchlässigen Berufsbildungssystemen oder Bildungssysteme, will ich sagen. Und diese Anzahl Maturen Gym-Berufs-Fachmittelschulen führt dazu, dass eben immer mehr Schülerinnen und Schüler in eine Allgemeinbildung gehen. Das heisst, sie machen nichts mit den Händen, sie machen alles mit dem Kopf und das führt dazu, von mir aus gesehen, dass man das Handwerk, oder einfach, wir haben so viele Prüfe, wo man mit den Händen hervorragende Arbeit leisten könnte. Und dass das Handwerk aber im weitesten Sinn, das kann auch ein Graf, das ist nicht nur ein Maurer oder eine Maurerin, eine Landschaftsgärtnerin, das könnte auch eine Grafikerin sein und so weiter, wo einfach auch kreativ tätig sind, dass die Prüfe einfach irgendwie untergehen, weil die verschwindet alle, weil fast alle in eine Weiterbildung gehen, an eine Fachhochschule oder dann sogar an eine Uni oder an die DTA. Und das finde ich unsere grosse Achillesversen in unserem Bildungssystem. Du hast jetzt die verschiedenen Maturen angesprochen und auch die Akademisierung. In unserer Podcast-Folge 16 ritten Marc Putschert mit dem Matthias Binswanger, wo ein Thema «Machen wir aus potenziell guten Handwerker, mittelmässige Akademiker» nachgeht. Du hast es jetzt schon ein bisschen angetönt, wie siehst du das? Ich würde eigentlich das, was er sagt, würde ich unterstreichen, ich würde es vielleicht noch ein bisschen erweitern. Ich sage, jawohl, das stimmt, dass wir aus potenziell guten HandwerkerInnen vielleicht schlechte Akademiker machen, weil sehr viele junge Menschen, die aus gut situierten Verhältnissen kommen, die machen nachher das Chemie und sind eigentlich relativ wenig motiviert. Also sie wissen, ich mache das jetzt, weil meine Familie das immer gemacht hat, aber sie sind relativ wenig motiviert und machen nachher Matura und wissen nicht, was studieren. Und andererseits gibt es aber auch, und das wäre meine Erweiterung zum Matthias Binswanger, es gibt auch, das zeigt unsere Kinder zu den Arbeiter, zu den Studien zu Arbeiterkindern, dass es eben auch, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass es Kinder aus Migrantenfamilien, aus Arbeiterfamilien gibt, die intellektuell wirklich etwas da oben haben, also Grips haben im Kopf und auch intellektuell interessiert wären, aber dann verwirrt man eigentlich den Zugang zum Gymnasium und die lenkt man dann in die Berufsbildung ab. Kann man natürlich sagen, das ist ja nicht schlecht. Die können ja später noch universitäre Karrieren machen. Aber die Kinder, darum sage ich, wenn Fähigkeiten und Neigungen würden in der Schweiz wirklich den Ausrag geben für die Berufswahl, dann hätten wir garantiert mehr junge Menschen aus Akademikerfamilien in der Berufslehre und wir hätten garantiert mehr junge Menschen aus Arbeiterfamilien in den Gymnasien. Aber bis jetzt ist es so, dass vor allem die Akademikerkinder ans Gymnasium gehen und Kinder aus Familien mit einfachen Berufslehren, die gehen wiederum in die Berufslehre. Und das ist für mich nicht dem, was man eigentlich mit unserem Bildungssystem hätte wollen. Ja, das reicht natürlich sehr zum Nachdenken an, wenn du jetzt auch so ein bisschen das Optimale geschildert hast. Es hat ja zu wenige Leute, die mit den Händen noch arbeiten wollen. Ist jetzt vorher auch ein bisschen angeteilt, was passiert denn mit den Prüfen der Branche jetzt auch in Bezug auf den Fachkräftemangel? Ich finde, das tut man in der Schweiz viel zu wenig diskutieren. Wir sind ja alle, alle von uns. Du bist wahrscheinlich eine Studierte oder eine, die gut ausgebildet ist. Wir sind alle relativ gut ausgebildet. Und wir sagen alle, und vor allem Familien, die gut ausgebildet sind, sagen, was die Leute mit den Händen machen, wenn ein Schreiner kommt, der uns einen neuen Tisch macht, sagen wir, es ist einfach unglaublich, was die können. Und das sind so gute Leute. Und alle sagen, Berufsbildung in der Schweiz ist super. Wenn es aber um das eigene Kind geht, dann sagen wir, ja, wir haben jetzt doch überlegt, unser Kind soll jetzt doch Matura machen, gymnasiale Matura machen. Du fragst jetzt aber, was macht das denn mit unserer Gesellschaft? Und in der Tat ist es ja so, dass die Brüfe eigentlich immer mehr verschwinden. Weil wer Sanitätsinstallateur wird, wer Strassenbauerin wird, wer Landschaftsgärtnerin wird, die gehen dann später, häufig machen sie eine Berufsmatur, was eigentlich gut ist, aber dann gehen sie nachher an die Fachschule. Und dann gehen sie mehr oder weniger von ihrem angestammten Beruf weg. Das heisst, also ich sage jetzt etwas sehr Provokatives, das heisst, dass wir auch mit dieser Akademisierung von der Berufslehrer auch die handwerklichen Berufe mehr oder weniger verlieren. Und was für mich, was ich am meisten in diesem Zement kritisieren, ist, dass die höhere Berufsbildung, also wenn ich jetzt im Tiefbau meine Berufslehre gemacht habe oder im Hochbau oder irgendwo, und dann gehe ich in eine höhere Berufslehre, dann mache ich vielleicht noch Polierin und dann bleibe ich aber im Beruf und bleibe Handwerkerin, aber einfach ein bisschen auf einer Führungsebene. Und die höhere Berufslehre, die wird meines Erachtens ganz stark diskreditiert, weil wenn man von der Berufsbildung spricht und von der Durchlässigkeit, reden wir immer nur von der Berufsmaturität, Fachhochschule, Universität. Und eigentlich tun wir zu wenig berücksichtigen, dass wir auch die HandwerkerInnen müssten fördern und nicht nur richtig Tertiarisierung oder Akademie. Und das ist für mich ein Achillesversuch aus dem ganzen Bildungssystem. Aber ich weiss, dass ich da zum Teil auch nicht verstanden werde oder angegriffen werde, aber ich bin überzogen von meiner Meinung. Also ich stelle mich gerne zur Diskussion. Also du würdest kurz zusammengefasst sagen, dass man die höhere Berufsbildung mehr fördern sollte. Ja, absolut. Und auch mehr in den Blick nehmen. Also das denke ich, wir haben einfach eine Tendenz, dass wir die Berufsmatura, also nicht, dass man mich falsch versteht, die Berufsmatura Richtung Universität oder Hochschule, das ist etwas Gutes. Aber die höhere Berufsbildung wird eindeutig zu wenig würdigt. Weil das wäre auch eine wichtige Grundlage für unsere goldenen Hände, heisst unsere Handwerkerinnen und Handwerker. Die Personen, die da zuhören, sind ja oft Berufsbildner, Berufsbildnerinnen oder eben auch Firmen generell, die zuhören. Das heisst, es ist sicher schon mal ein wichtiger Aspekt, wenn wir die höhere Berufsbildung ein Thema werden lassen. Und wir wollen natürlich Ihnen auch können Tipps mit auf den Weg geben oder wie können alle, die zuhören, beitragen, dass unser Berufsbildungssystem so besteht oder besser wird. Auch wir von Justi überlegen uns jeden Tag, wie können wir die Lehre attraktiver machen, wie können die Firmen ihre Lehrstelle besetzen und wie können wir auch die Wichtigkeit von dem Ganzen aufzeigen. Und jetzt haben wir die Zahlen diskutiert, die Prozentzahlen von Schülerinnen und Schülern, die ins Gymnasium gehören. Jetzt haben wir gehört, was das für Auswirkungen haben kann. Darum ist es wichtig, dass wir das Bildungssystem auch bei Zuwanderern oder Expats bekannt machen. Viele kennen nur auch den Weg vom Gibi. Und wichtig ist sicher auch, dass man die Möglichkeiten nach der Lehre aufzeigt, wie du es gesagt hast, mit der höcheren Berufsbildung, dass man Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigt, auch wie sich der Lohn nach der Lehre entwickeln kann. Firmen müssen auf den Zug von der Generation Z aufspringen, die Jugendlichen dort erreichen, wo sie sind. Beispielsweise auch mit dem Lehrstellenmarketing, was wir von Justi auch anbieten, mit TikToks und so weiter. Das ist sehr wichtig. Genau. Da haben wir auch viele Erfolgsgeschichten, wo Firmen Lehrstellen können besetzen, wo sie normalerweise sehr Mühe haben, um sie zu besetzen. Und es ist auch wichtig für alle Firmen, die da zulassen, dass man einen transparenten Bewerbungsprozess hat. Generell, dass man die Jugendlichen abholen kann, schnell kommuniziert. Wir reden über das zum Beispiel auch in unserer achten Folge. Ja, jetzt haben wir versucht, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Kannst du noch etwas sagen, Margit, was fällt dir gerade noch ein, was wir besser machen könnten oder was wir machen könnten, um das Image der Lehre wieder raufzubringen? Im Vorgespräch habe ich gesagt, ich bin halt Wissenschaftlerin, die die Praxis zwar kennt, aber ich glaube, habe mir nicht so einfach praktische Tipps gegeben, erstens, zweitens, drittens, aber zwei Sachen sind für mich sehr wichtig. Erstens, in allen unseren Studien hat sich gezeigt, dass heute die Eltern nicht erst in der Oberstufe sich auf den Beruf von ihrem Nachwuchs ausrichten, sondern heute findet die Ausrichtung schon in der Primarschule statt. Ich würde das als These, das ist wieder eine These, die wir auch mit der frühen Förderung in Zusammenhang bringen, dass man heute merkt, auch zum Teil einfach gestellte Familien merken, wir müssen Kinder viel früher fördern und die müssen sprachlich besser sein und so und dann tun sich Eltern automatisch mehr damit befassen, was soll aus unserem Kind werden und im Kindergarten werden sie schon vermessen und dann merken die Eltern auch längst denen mal und so weiter. Und darum ist meine erste Botschaft die, dass es spät ist, wenn man erst in der siebten oder achten Klasse mit Berufsorientierung anfängt, weil dann sind eigentlich häufig die Wege schon vorzeichnet. Also die einfach gestellten Eltern sagen, unser Kind geht sowieso in die Berufslehre, das ist klar, wir haben ja das auch gemacht. Und die Akademiker sagen, wir haben uns schon lange entschieden, dass unser Kind ins Gymnasium geht. Also ich weiss, im Lehrplan 21 ist die Berufsorientierung in der siebten Klasse und folgende und ich denke, das ist einfach zu spät. Also man müsste einfach schon früher Kinder natürlich nicht einen Tunnelblick auf das werfen, was aus denen soll werden, sondern einfach eine spielerische Berufsorientierung entwickeln, dass Kinder auch merken, und sie merken das ja generell, was es für Prüfe würde geben. Und das Zweite, was du vorher gesagt hast, ist TikTok und da gibt jetzt eine sehr interessante, grosse Studie aus Deutschland, die mich sehr umgehauen hat. Und die Studie zeigt, dass Jugendliche heute, gerade in der Folge von Corona, also mit Corona und in der Folge von Corona, dass TikTok für die Jugendlichen extrem wichtig wurde in Bezug auf die soziale Anerkennung. Und es gibt zum Beispiel das Jugendliche sagt, ich möchte gerne Strassenbauer werden, was meint ihr dazu? Oder das ist so ein Skiff von 30 Sekunden oder so und dann heisst es nachher, spinnst du eigentlich? Oder das ist ja etwas, du bist auf der Strasse und du machst dir schmutzige Hände und so weiter. Offenbar ist es immer stärker so, dass Jugendliche auch über TikTok oder über die sozialen Medien wollen in Erfahrung bringen, was andere sagen zu einem Berufswunsch oder zu einer Affinität, die sie hätten. Und wenn dann die Rückmeldungen vielleicht negativ sind oder sagen, spinnst du oder geht doch nicht oder mach doch irgendetwas das cool ist und so. Dass dann die Jugendlichen den Beruf nicht wählen, auch wenn sie, und das ist jetzt ein wichtiges Argument, auch wenn sie in der Berufsberatung sind und wenn sie den Berufswahltest gemacht haben und der Berufswahltest hat vielleicht gesagt, Strassenbauer wäre für dich gut und das ist vielleicht eine richtige Diagnose, aber sie wählen das nicht, weil sie keine soziale Anerkennung bekommt. Und darum glaube ich, wenn du jetzt so fragst, soziale Medien, dass man viel mehr nicht nur einfach auf die sozialen Medien gehen als Justi, sondern dass man auch mit den Jugendlichen diskutieren was ist soziale Anerkennung und warum wählt ihr den Beruf nicht und man müsste mit denen zum Beispiel die Strassenbauerinnen mit unbeliebten Berufen mit Leuten, die einen unbeliebten Beruf ergriffen konfrontieren und sie ins Gespräch kommen mit denen. Ich denke, die soziale Anerkennung ist etwas ganz Neues, wo man sich viel mehr auseinandersetzen damit je zuvor. Ich nehme das gerne so auf für Justi, aber ich denke, es ist vielleicht auch ein Aspekt, den man in der Schule noch viel mehr thematisieren sollte. Absolut. Sehr spannend. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage auf Lager und zwar auch etwas Provokatives. Ist der höchste Abschluss wirklich der Bist? Also, wenn wir jetzt alle die Längsschnittstudien, die wir haben, also wir haben ja wirklich viele Studien und wir haben Überflieger, die hochbegabt waren, schon in der Vorschule und nachher alles so gemacht haben, wie man erwartet hat und dann sind aus denen, ich gehe jetzt einfach übertrieben, fast Nobelpreisträger geworden. Dann kann man sagen, wow, ja, der höchste Abschluss ist der Beste, schauen die und die und die Nobelpreisträger an, die sind einfach so durchs Bildungssystem gelaufen und sind immer erfolgreich gewesen. Aber der grösste Anteil der Studie zeigt, dass der höchste Abschluss überhaupt nicht immer der Beste ist, sondern dass es sehr viele holprige Schulwege gibt. Das heisst, dass jemand das macht, nachher wieder scheitert, dann jemand das macht und so weiter. Und wir wissen heute, dass ein Beispiel, das ganz aktuell ist, dass sehr viele junge Menschen, die auf dem direkten Weg das Gymnasium gemacht und eine Matura gemacht haben. Und da kann man sagen, das ist der höchste Abschluss, du musst jetzt noch ein Studium anhängen und der ist der allerhöchste Abschluss, aber viele von denen machen jetzt heute nach der Matur eine Berufslehre. Also das heisst, dass sie sich vergleichen mit Kolleginnen und Kollegen und sagen, ja, also der Kollege ist noch daneben jemand im Betrieb und der hat noch handfeste Identitätsmöglichkeiten und ich bin Schüler, bis 2019 bin ich Schüler oder Schülerin. Und darum glaube ich, es ist ein Mythos, wirklich ein Mythos, dass der höchste Abschluss immer der beste ist, aber er ist einfach in den Köpfen von vielen Eltern eingebrannt. Und die grosse Frage ist, wie bringt man das raus, aus diesen Köpfen. Und darum denke ich, mit Modell, vor allem mit Modell von jungen Leuten, die eben das anders gemacht haben und nicht so gemacht haben. Das ist vielleicht auch eine Aufgabe von Justi oder eben schon von den Schulen. Aber die sind ja ein grosses Auffanglager, wenn ich so sagen darf, was die aus den Jugendlichen machen. Aber es wäre eigentlich eine Aufgabe von der Schule. Ja, ich lasse es mal so im Raum stehen. Ich glaube, da können wir an ganz vielen Ecken, da können sich verschiedene zusammentun, dass man da, ja, ich habe auch in diese Richtung gehen. Jetzt wie immer unsere letzte Frage, was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Ich habe mich natürlich sehr genau vorbereitet, weil das ist eigentlich eine ausfordernde Frage, die ihr da stellt. Und ich habe mir drei Punkte rausgeschrieben. Der erste ist, dass die Berufsbildung in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht grosse Anstrengungen und enorme Anstrengungen und auch Justi, dass die Berufsbildung sichtbar wird, dass die Qualitäten sichtbar werden, was man alles macht für die jungen Menschen, dass das Früchte trägt. Oder auch, was Swiss Skills macht und so weiter, dass das wirklich Früchte trägt. Das ist mein erster Wunsch, weil ich würde jetzt behaupten, aber da setze ich mich vielleicht wieder ein bisschen in die Nessle, dass die Berufsbildung mehr gemacht hat als die Gymnasie. Aber vielleicht wollen ihr das wieder streichen. Ich finde wirklich, ich kann das ziemlich gut beurteilen und ich finde, Gymnasien die machen wahnsinnig viel für die unterschiedlichsten Kompetenzen, aber Berufsbildung macht enorm viel für die Sichtbarkeit und für das, was Berufsbildung den jungen Menschen bieten kann. Das meine ich. Das Zweite ist, dass ich überzogen bin heute, dass junge Menschen, damit sie in die Berufsbildung gehen, brauchen sie Modelle. Wir wissen, dass die Vorbilder haben, wenn sie wissen, der oder die hat auch Bäckerin gelehrt, der oder die ist Landwirtin geworden. Das ist enorm wichtig für die jungen Menschen, dass man diese Vorbildwirkung noch mehr integriert. und das Dritte ist, dass man, ich habe es vorher schon betont, dass man das neue Phänomen der sozialen Anerkennung, das für die Jungen jetzt so, seit Corona vor allem, im stillen Raum gesessen ist und jetzt mit den neuen Medien noch mal neu auffahren, dass man die soziale Anerkennung über die neuen Medien, vor allem über TikTok, dass man die wirklich aufnimmt und überlegt, wie können wir das integrieren. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, danke dir vielmals, danke dir generell für das Gespräch und für deine wertvolle Arbeit, unter anderem für die Berufsbildung in der Schweiz. Danke euch natürlich allen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heisst Inside Berufsbild. Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020